Es gibt natürlich auch chinesische Medizin, die ist sehr umfangreich. Von China stammen auch diese Akupunkturpflaster, so Schmerzlinderung und so. Die werden auch in Deutschland herbestellt. Aber dann gibt es noch Pflaster aus China, so Heilpflaster. Die haben verschiedene Kräuter und so, sind da als Substanz oben. Auch tierische Substanz, so ein Tier, das lebt in den Höhen in China oder so. Vielleicht hilft es, weiß ich nicht. Was für ein Tier steht nicht oben? Also steht nicht geschrieben, aber das lebt in den Höhen in China. Vielen Dank.